So, dann weiter geht's. Oh, was wollt ihr denn? Okay, wir müssen ja mit dem anderen betrunkenen Typen da reden. Irgendwie haben wir hier nur betrunken, ne? Und von den anderen werden wir auch nur verarscht. Ich will nicht wie lange der Skiri noch durchhält. Mal gucken, was das... Glaube. Jo, mit dem Messer. Boah, ja. Okay, Edenhot. Kommt wieder mit dem Messer an. Naja. Nanny. Oh. Oh. Äh. Der will auch Alkohol. Was ist denn hier los? Ist der Japans ein Alkoholiker-Shot geworden, oder wie? Ah, gibt's ja auch noch Alkohol. Ah, Leute. Was ist denn hier los? Wir haben mal gespannt, was er von mir will. Aber der sieht irgendwie nicht danach aus. Wo ist denn der Scheiß da? Oh, die hat wieder... Die Leute haben mich hier voll gemüllt mit so'n Mist. Ich glaube ich kann nur Slots. Alter, ich werde immer voll gemüllt, wenn ich Leuten helfe. Brauch'n Scheiß. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und dich können wir jetzt später tatsächlich. Okay, die nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, wie viel es von den Dingern gibt und was sie mir bringen, aber... Wo? Oh. Äh. Hä? Alkohol? Pff. Haaah. Äh. Äh. Aber ich brauche ja wieder irgendwas Spezielles. Mal gucken, ob ich das so empfinde. Oh, Leute. Warum wollt ihr eigentlich immer so'n Scheiß speziellen Alkohol? Dass sie das nicht irgendwie mal haben und gut ist. Das weiß ich nicht, dass... Ja, gut. Es mag mal immer irgendwie realistisch sein, dass nicht jeder Laden alles hat. Ja, aber... Er will Seiko. Ich hab einfach gedacht, ich kann einfach Alkohol kaufen. Weil... Ähm. Ja, weiß ich nicht. Also... Finde ich... Ich weiß auch nicht, was das soll. Also dann... Dass man nicht halb Japan laufen muss. Ob sie das eben kennenlernen gemacht haben. Wenn man ein bisschen gezwungen wird, sich mit Japan unten absetzen. Alles rein da. Zuseel. Das wird mir genau. Ganz schön in. Da. Ja. Da. 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 Bist du so... Ja. Ich kann das nicht. Da. 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 wo finde ich das jetzt ja weiß ich nicht dass ich halb japan laufen muss jetzt schon wieder okay noch ein dritter das hat doch leute so dass ich da mal ein bisschen ja Ja. Ok. Och, wie süß. Och mein, aber das finde ich niedlich. Das finde ich lieb. Och Mensch. Da kann der Typ ja stolz sein. Will das nicht geben? Alter, komm, das geben. Na gut, ich will nichts kaufen. Ich will die Dinger nicht haben, aber... Einfach so geben. Mensch, Ende. Weil ich sowas süß finde. Oh Gott, ja... Oh mein, das finde ich süß. Oh, das finde ich so lieb. Oh, wie süß. Danke. Ich habe ja neue Sachen mitgebracht. Ist das okay? Ich habe auch keinen Bock, durch Japan zu laufen. Oh, ich google das ganz kurz. Wer heißt denn die Quest? Ich habe da jetzt nicht... Ich habe da jetzt irgendwie keine Motivation, die halt durch alle Pay it forward, ne? Ja, ja, Pay it forward heißt die Quest. Gut, mache ich kurz. Weit kurz. Dann gucke ich kurz mal, wo das ist. Ich habe da... Keine Motivation. Ich habe von jedem... Einmal kann man es ja machen. Ich finde diese Quest aber auch echt nervig. Aber ich weiß es nicht, das bringt mir nichts. Also, lerne ich das auch nicht mehr kennen. Dann hätte ich ja eher irgendwie so Hinweise suchen oder so gemacht. Das wäre etwas lustiges. Na gut, bis gleich. So, ich habe nachgeguckt. Da soll es Zake geben. Da gehen wir kurz hin und holen Zake. Das ist ein Scheiß da. Es ist... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was die Quest sollen. Also, ist ja okay, dass man sagt, okay, hier holt... Aber ich hätte ja irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht dann die Läden besonders markiert, wo es dann gibt. Keine Ahnung. Oh, rosa. Keine Ahnung. Oder... Ja, gelb ist doof, aber... Das hat ja irgendwie... Keine Motivation, irgendwie zu gucken, wo was ist. Auch die größte Wut bringt euch nicht weiter. How could it happen? Nein. Du weißt voll, dass du einen Scheiß. Du weißt voll, dass du einen Scheiß. Bis zum nächsten Mal. 你 же aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja ja wo war denn der jetzt nee also weil sie ja und dann müssen wir die anderen haben wir es ja bei dem anderen auch noch machen ja leute das ist gerade echt ein bisschen ja hat der gleich ja gut sehe ich gleich jetzt will ich ihm erstmal den scheiß da geben ja 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 klasma er hat auch medizin Oh, hey. 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 na danke vielleicht soll es das das ist richtig alkohol ist vollkommen okay wenn du dein leben davon nicht bestimmen lässt das ist ja aber eigentlich mit allem leben alles ist okay darfst dein leben nur was darf ich fünft ja gut okay was laufen wir und der typ ist weg aber das hat er gut gesagt stimmt auch da kannst du alles in deinem leben machen darf da kann es auch aber auch von anderen sachen durch dich werden die so serien durch dich werden so man kann alles im leben machen darf sich davon darf man nur nicht davon am ende des tages sichtiger werden dann ist schwierig jetzt muss ich aber mit dem vorsicht was jetzt weg ist dann muss ich nicht verbringen aber eine coole mag die idee hinter eine kleine moralische aber hier scheint die quest ja eher so ernster zu sein wenn das in kiwami ja eher lustigere quests waren bald also hier sowas wie alkohol lasst dich davon nicht ja lasst alkohol nicht dein leben bestimmen weil du sonst ja weil es dann scheiße geht auch vor der vierte getreten na gut ich habe mir gerade was aber ein laden schon gut durchgeführt glaube ich verwandt das was ja wir schon gefordert dann mit dem laden so müde ich habe es jetzt ja auch noch nicht nicht durchgeführt nein 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 wenn du denn ich bin du mir es ich bin ich bin du Vielen Dank. Name ist noch mal Loll, der kommt ja so oft gerade Na gut, beim Fahrrad hat er Pech gehabt, weil Fahrräder waren Ja, wird das nicht so einfach Aber ich kippe irgendwie gern gegen ihn, keine Ahnung, ich finde das irgendwie lustig Viele haben mir gedacht, dass es nervig ist, aber gut, ich kann es verstehen Wenn man gerade was am machen ist dann kommt der an, aber ich finde es irgendwie so lange dauert es nicht, weiß nicht, ich finde es cool Aber ich kann nur verstehen, wenn man sagt, naja, ist irgendwie auch schon nervig Aber ich mag ihn sehr gerne Irgendwie findet man das lustig, was da ist Ich finde es ja momentan auch ein bisschen schade, dass er momentan tatsächlich nur ein Glööknabe ist Also wirklich nur, wie man ja schon hat, ob sich das selber ändert, weil Zero hat da ja echt eine Rolle gespielt Und hier momentan ja eher weniger Ja, wir müssen mal auf, äh, vom F runter her Aber deswegen mag ich das auch, weil wir müssen das sowieso machen Und den mal, wenn ich ihn sehe, schlägt er aufs Maul Hm 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 Ha Hm 456 ach so ok mache ich schein ist wusste das wir wissen schein ist das ist der o und die das umfassig sein großen schein ist million tower nein der parker noch wieder laden schein klappt schein klappt das ist aber hier ist es eben klappt nein schein da ja mach ich kann gleich merke ich mir auch leute ich kenne ich glaube heute kommen wir doch ein bisschen hauptwest machen eigentlich heute aber gut ich glaube gut aber gut ich weiß dauern gerade auch lange weil wir auch wirklich gerne suchen müssen ich hoffe dass wir suchen heute sehen sind aber auch dann geht aber nicht hoffentlich oder wenigstens suchen was er dann auch wirklich immer geht aber vor allem gut angreifen ist aber auch nicht doof aus wobei man ja natürlich ja einmal einmal haben die nicht wenn es ja ist doch gut du wichser ernsthaft er zurück da oder herkommt ist so wird ihm hier reden das ist eine andere quest oder wie auch ne noch eine oder wie ich machen würde ich will dir nichts mit suchen erwerten ein ja 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 Hm. Hahaha. Hm.